Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer frischen Folge Minecraft mit Elina und Ben! Jo, Elina, ich habe mir gerade ein Mittagsschläfchen gehalten. Sollen wir bitte ruhig jetzt, ja? Danke schön. Oh, okay, auf der Straße, aber was mit deiner Wohnung? Willst du nicht mehr drin leben? Nö, ja, meine Wohnung ist ja nicht so geil. Du hast mir ja alles geklaut. Habe ich ja nicht. Ich habe nicht mal ein richtiges Bett, ey. Aber Ben, wenn du schon mal hier stehst, kannst du unser wunderschönes Space Shuttle begutachten, was wir in der letzten Folge gebaut haben. Ben, was sagst du dazu? Ja, das hast aber du gebaut. Ja, nicht wir. Achso, ja, wir meine ich. Ich habe dich seelisch unterstützt während meines Mittagsschlädchens. Genau, das ist unsere, naja, den Namen kannst du jetzt vergeben. Aber auf jeden Fall ist es ein Space Shuttle und damit können wir auch geil ins Weltall fliegen. Und, ja, Ben. Ja, dann muss ich mal kurz überlegen. Ja, überleg ruhig. Wir taufen unser Raumschiff auf den Namen International Space Shuttle Bob. Kurz ISS Bob. ISS Bob, ISS Bob. ISS Bob. Jawohl. ISS Bob. ISS Bob. Äh, was? Wow. Ben? Ja? Siehst du das da hinten? Ich sehe dich, ja. Ich meine, war das da hinten? Ähm. Ich mache Mittagsschlaf. Tschüss. Was? Du willst bei denen Mittagsschlaf machen? Wann sind die nett oder sind die? Ja, die sind locker nicht nett. Oh, die laufen nicht nett. Lauf ihr wieder. Vielleicht wollen sie mich auch nur begrüßen. Nein, sie sind nicht nett. Ben, Ben, Ben. Da sind noch mehr, pass doch auf. Was? Oh mein Gott, ich renne direkt in die rein. Ja, das sind so viele. Wo kommen denn die schon? Die sind aus dem Space Shuttle oder so. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, die wollen nicht, dass wir sie oben besuchen im Weltall. Ja, natürlich nicht. Ich würde das auch nicht wollen. Du gehst auch immer einfach in mein Haus rein, ohne zu klingeln. Ja, aber weil du auch keine Klingel hast. Zu meiner Meinung nach. Ja, weil du die geklaut hast. Ich habe die nicht geklaut. Ich habe selber keine Klingel. Das ist natürlich arm. Ja, warte, Ben. Ich habe ein bisschen Ausrüstung noch vom... Hallöchen Spike. Habe ich noch vom letzten Mal. Ja, ich habe eine noch. Dann nehme ich mir schon mal ein paar Sachen raus. Und du kannst dir auch was rausnehmen, Ben. Ich habe doch mal eine noch. Oder hast du bessere? Ich habe bessere. Ja. Wo bist du überhaupt? Ich bin, äh, ja, in meinem Haus. In meinem Hausi. Ja, so die Käse-Sandwich nehme ich natürlich gerne mit. Und die Pizza auch. Aber die Rüstung, du, da habe ich ja wieder was Besseres. Warum denn? Die haben wir von der... Von der Zombie-Apokalypse war das doch, glaube ich, oder? Ja, aber ich bin auch ausgerüstet. Sind wir in derselben Ausrüstung? Ja, sind wir. Ja, ja, ich habe das Dämonenkampf... Kampf-Axt, so. Ich habe das Dämonic-Sword. Äh, ja. Naja. Und Käse-Sandwiches. Ganz wichtig, Leute. Und jetzt begeben wir uns auf die Jagd nach den Aliens. Ben, bist du noch da? Ja, du bist noch da. Okay. Gut. Kommen sie mit mir. Achtung, dass die Bahn dich nicht überrollt. Und jetzt... Jetzt geht die Party ab, Leute. Okay. Bist du bereit? Die sind echt stark. Ich habe einen. Ich habe noch einen. Ich habe noch gar keinen. Ich habe noch einen. Ich habe noch... Oh, ich habe zwei, drei, vier. Jawohl. Okay, die haben wir schon mal, aber... Jo, die alle in unserer Pizzeria sind. Wir sollten nochmal das Schild wegmachen, weil wir haben ja schon längst eröffnet. Ja, egal, aber wollen die keine Pizza haben? Hallo? Wir können gut Pizza backen. Bam. 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 Oh, man kann auch so Flächenschaden machen, ne? So ganz viel auf einmal treffen. Ehrlich? Ja, ja. Oh, ich kriege es gerade nicht hin. Hab ich. Zack. Okay, haben wir. Gut, hier die nächsten hier bei den Ballons. Moment, die Lava locken. Ich habe Lava. Lava? Ja, ja. Moment, ich versuche sie hier mal rauszulocken, wenn sie hier nicht... Okay, machen wir. Okay. Ich muss weiter weglaufen, Lida, das kann ich da nicht. So. Jawohl. Einen haben wir erwischt. Oh. Ich dachte, das wäre ein richtig guter gewesen. Ne, ne. Oh, noch ein. Okay, er brennt, er brennt. Haben wir. Yes. Das ist mein Käse-Sandwich. Oh ja. Mein Schwert geht fast kaputt. Ja, ich habe noch... Ich habe eine Dia-Axt, die ist auch nicht schlecht. Die Dia-Axt. Ben, kannst du mir mal helfen? Ich bin noch dabei. Okay. 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 Zack, 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 zack. Okay. Die Pizzeria, die haben wir freigeschaufelt von den ganzen Eldians. Und jetzt kommt das Theater, beziehungsweise das Kino. Oh Mann. Oh, das sind so viele. Was die, wo man für einen Kinofilm guckt. Oh, sehr gut gemacht, Ben. Oh, das war geil, ne? Fünf Leute, also fünf Eldians gekillt. Ja, richtig. Oh, und mich bald auch noch. Ich habe kein Wasser, also das war's. Wohl. Ich habe, glaube ich, gerade den Rücken gehauen, das tut mir sehr leid. So, zack. Oh, den kriegen wir auch noch. Boah, ich weiß nicht, ob mein Schwert das aushält bis zum Ende. Im Notfall kannst du meine Axt haben. Ja. Ich glaube, das klappt. Erst mal am Amfen. Also ich, äh, hau die mit... Ja, hinterm Fernseher, oder wie? Ja, der versteckt sich hier. Ich hau die mit zwei Schlägen weg. Hier noch reingucken. Oh mein Gott, hier sind richtig viele. Wow, die haben uns in die Ecke gedrängt, Ben. Lauf, raus. Lava. Ah, Mist. Und die sind alle vorbeigelaufen. Oh nein, doch, das klappt. Oh. Ich muss laufen. Das waren locker sieben. Oh, okay, vielleicht doch noch vier, aber ein paar auf jeden Fall. Irgendwas zwischen sieben und vier. Die machen schon gut Schaden, ey. Da muss man nicht aufpassen. Zack. Oh, meine Axt ist kaputt. Nein, 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 nein. Ich rette dich. Bam. Oh, zwei Herzen, ne? Das war knapp, ey. Gib mir mal die Lava hier. Zack. Elina, es reicht jetzt. Nein, 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 nein. Bist du bescheuert? Das haben die gerade erst aufgebaut. Das konnten wir jetzt nicht kaputt machen. War doch nur ein Spaß. Ja. Ich hab keine Axt noch. Meine Axt. Oh, hier sind noch ein paar. Boah, ey. Hier in diesem Kinosaal, da, sind auf jeden Fall nicht mehr so viele. Gut, diese drei noch. Oh, Gott. Ey, die haben mich eingesperrt. Die muss hier kurz raus. Raus hier aus dem Haus. Wo ist eigentlich Ben hin? Ist der bei der Popcornmaschine oder was? Äh. Nein, mein Schwert ist kaputt gegangen. Oh, nein. Oh, ich hab jetzt nur noch eine Spitzhacke. Macht die Schaden oder so? Oh, rennen wir mal lieber ein bisschen weiter weg. Okay, nachdem nun, äh, unser Schwert kaputt gegangen ist, ähm, begebe ich mich gerade auf den Weg nach Hause, um, äh, relativ zügig, gleich, okay, der eine hat keinen Bock mehr, ähm, um mir mal ein Schwert zu holen. Kleiner Augenblick. Okay, wow. Wir haben einen Chicken Sword. Ich glaube, damit können wir, oh, damit kriegen wir die an tausend Jahren nicht tot. Oh, Moment, Leute. Da müssen wir zu anderen Waffen greifen. Ich glaube, im, äh, Burgerladen, da müsste noch ein Messer oder ein Schwert, besser gesagt, gewesen sein. Und, äh, Leute, ich nehme euch mal mit, denn, äh, ihr müsst ja auch schließlich eliminiert werden. Ähm, also, Moment, Leute. Okay, die zwei Aliens, die verfolgen mich immer noch. Äh, wir haben es gleich. Wir sind gleich beim Burgerladen. Ihr könnt da einen schönen Burger essen, falls ihr Burger habt, Leute. Ey, der eine randt weg! Okay, den einen habe ich jetzt noch. Okay, ich stelle hier rein. Hier sind noch mehr. Hier ist Ben! Hey, Lina, was machst du denn? Ben, hilf mir mal! Hier ist ein böser Alien. Ah, hier, der oder wie? Warte, wir haben doch noch ein Schwert hier. Fohre das mal. Warte kurz. Ich habe nämlich auch nur noch eine Axt. Ja, wo ist denn hier ein Schwert? Hier im, hier im Kühlschrank, wo ein Schwert hingehört, natürlich. Okay. Auf in den Kampf! Der ist geflohen! Nee, der ist da! Ah, nee, hier ist da! Er hat sich wegteleportiert! Ja, ich habe es gesehen. Oh, Mann. Aber, Lina, wir haben hier links noch einen Hund. Ist das mein Hund? Ich kann mich nicht erinnern. Oh, ist meiner! Hol ich den auch immer her! Ja, den müssen wir mal füttern, den guten. Ja, ich habe ein paar. Also, die Aliens, da scheint es auch Nette zu geben, weil die waren hier und haben Burger gegessen. Und dann habe ich mit denen gechillt und ein bisschen gequatscht. Ja. Und es gibt halt Böse und Gut und die wollten halt gar nichts. Also, nichts Böses meine ich. Ja, aber die anderen haben halt Stress gemacht und so. Und dann hatten die halt auch Angst und haben sich hier versteckt, ja. Okay, interessante Story. Naja, also ihr seht, Leute, die Aliens, die sind auf jeden Fall nett, weil die greifen mich nicht an und Ben auch nicht. Und ja, Leute, das war es mit der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und, äh, falls ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Ich würde mich riesig freuen. Und lasst auch unbedingt ein Abo da. Darüber freue ich mich genauso. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tagmorgenabend, was ihr auch gerade so treibt, Leute. Und bis übermorgen. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.